Hallo zusammen, mein Name ist Jason Tubach. Hallo zusammen, ich bin Marc Brunner. Ich mache eine Lehre als Landschaftsgärtner bei Lindergartenbau der Steffisburg. Und wir geben euch heute einen Einblick in unseren Alltag. Ein wichtiger Teil unserer Ausbildung ist die Grünflächenpflege. Wir arbeiten viel in den Privatgärten und mit der Kundschaft zusammen. Das Schönste an meinem Beruf ist, dass ich draussen in der Natur arbeiten kann und am Abend zurück auf das, was ich gemacht habe. Das genaue Abstecken und Ausmessen sind es an und an für ein exaktes Bauwerk. Bei uns lässt du auch den Umgang mit grossen Maschinen, die den Alltag um einiges leichteren. Weil du gerne draussen bist und in einem coolen Team möchtest bügeln. Dann werde auch du Landschaftsgärtner und bewirb dich bei uns. Dann werde auch du presst! 에서도 in einem vielen Helden behind the line auf das, was wir vielleicht schon fertig 캐�ецation unterscheiden muss. In diesem Jahr shopsammeln noch hin wie esatwollend auf das, was mich Surprise Tesla ist eigentlich. lite Zweifel. In Freunden haben wir das jetzt im Tschüss, was wir also weg per the last! Vielen Dank.